Wir haben einen Park und der grössten Bedrohung, es ist der Ort, der Krieg, der Rebellen und da ist es einfach wichtig, dass wir versuchen, etwas zu retten. Der Blödhound wurde gezüchtet, alte, schwierige und lange Fährten zu verfolgen und das schon seit über 1'000 Jahren, also selektiert wurde, die Arbeit zu machen, das sogenannte Man-Training. Ich habe den Eid geschworen, die Wildtiere zu retten und die Natur zu beschützen. Das ist meine Arbeit und ich bin bereit, dafür zu sterben, mein Leben für den Schutz dieser Tiere zu lassen. Die erste Priorität hat den Naturschutz, an zweiter Stelle kommt die Familie. Das ist meine Familie.